Hi! Ich dachte mir so, es wird doch Zeit, mal wieder den guten Isaac ein bisschen zu scheuchen. In Kapitel 5. Und ich hab schon wieder das gleiche Problem. Wie war die Steuerung jetzt? Rumlaufen und so ist noch klar, aber der Rest... R1? Mal treten, R2 was schießen oder wenn ich nicht ziele, hauen. Oh Gott! Isaac, ich kann das kontaminierten Luft von hier riechen. Es spürt schneller als ich erwartet. Ich versuche es isolieren, aber es wird uns nicht viel Zeit kaufen. Wir müssen das Ding aus dem Schiff. Die Chemikalien, die du brauchst, sind in der Chemistische Lab. Ich werde die Tür für dich hacken, wenn du da bist. Ja, passt ja. So, L1 war Rennen. Ja, genau. Und L2 war Zielen. Oh, ein Shop! Hallo Shop! Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Ripperblades Upgrade. Äh, Moon, 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 Moon. Aber ich habe eh kein Geld für fast nix. Lass mal noch zu, ja. So, Energie... Lass ich mal so. Zwei Mad Kits ist auch okay. Ja. Passt eigentlich. Dann kaufe ich uns noch eine Node. Oder gleich zwei. Power Node. Achso, 10.000. Ha! Wie komme ich auf die Idee, dass die nur 1.000 kosten? Was träume ich? Was träume ich nachts? Äh... Dreieck war hier. Ah. Hm. Viereck habe ich gedrückt. Das war heilen. Sehr gut. Und wenn ich ziele, Viereck ist... Stase. Und mit Viereck... Äh, mit Zielen... Kreis ist hier heranziehen. Okay. Mir geht's wieder gut. Ich weiß wieder, wo oben und unten ist. Alles wird gut. Security Station. Aha. Spricht die Schaufensterpuppe mit mir? Sieht so aus, dass jemand die Tür auf dem Deck geöffnet hat. Und auch vorhin. Ich glaube, wir sind nicht alleine hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes. Irgend so was war da doch. Ja, ob der Store wohl billiger ist als der andere? Ich glaube es nicht. Ich kann hier rein. Ich kann hier nicht rein. Ich kann hier nicht rein. Einfach die Türen wieder zu. Was soll denn das? Wer macht denn sowas? Was? Ach, ist das so schön hier. Was? Was? Und es lebt noch. Tja. Noch mehr von euch. Ich... Na komm. Na komm. Na gut, so schlimm sind die inzwischen immer. Ah ja, das war die Nummer. Ich erinnere mich. Sag mal, war der Schleimblop da hinten schon letztes Mal? Nö, ne? Hier... Gibt's noch Dinge? Hm. Warum nicht? Du siehst toll aus. Du kommst mit mir, Mensch. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Fuuuck. Wien. Lecker. Ach, du hier. Oh, hallo. Woah. Kommen die sich so toll an. Letztes Mal musste ich dich doch hin und her von Hand ziehen, ne? Weil du hier, äh, aus warst. Jetzt... Jetzt störst du mich hier. Leute? Leute? Keine Leute. Okay. Keine Leute ist gut. Okay. Ich will dir einmal glauben tun. Oh. Yay. Neue Stase-Energie für mich. Wahnsinn. Zack. Okay. Okay. Du bist nahe zu der Chemistriestation. Wenn du die Chemikalien bekommst, wirst du auch eine DNA-Sample des Alien-Tissus. Ich suche die Rekorde für einen. Okay. Es wird aber auch furchtbar schwer, hier eine DNA-Probe von dem Sif zu kriegen, ne? Es gibt hier so wenig davon. Den muss man suchen. Unbedingt. Äh, ne doch nicht. Danke. Hallo? Hallo? Ja, ja. Chemie, Forschung. Ist genau das, was wir brauchen. Mhm. Personolog. Dr. Chelsma, Sir. Ich habe jetzt ein Leben-Subjekt für meine Studie. Ich bin sicher, meine Tissue-Regeneration hier. Ich habe auch schon vor, meine Tissue-Regen, der Erstens wurde kein Problem. Aber jetzt die Patientin hochgeistt sich nicht einfach umdreht. Er hat mich... Er hat mich gebeten, Herr Dr. Gott. Er leg lamentiert sein Leben in meine Hände. Er kennt seine Rolle in alles. Er weiß was ich tun, was ich mache. Oh nein Oh nein Oh nein Das geht doch niemals gut aus Wie soll denn das bitte gut auskommen? Ich gehe jetzt Prozessing request Please stand by Antigen compound completed Please remove the capsule What are you doing? What? Your fight for a survivor Is admirable but pointless And yet you keep on going It almost makes me think That we have hope and specious And we are the only one who sees that we have died out a long time ago We just haven't accepted it yet Stop running Stop your struggle Our future Your future The future of our race ends here Allow me to introduce you to humanity's child The children that will replace us Our greatest creation oh no oh no fuck your shit man oh shit die Tür ist ähm es lebt noch geh weg mach auf mach auf mach auf mach zu mach zu mach zu mach zu oh ja 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 und wie man sieht wenn man nur die Ruhe bewahrt geht alles gut okay 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 come in like Kendra Is anyone there? Dammit! Where the hell have you been? I've retired upon it! It's bad down here! It's really bad! You're not the green! You'll got it! It's going everywhere! The eyes are stinging! Must be seeing things! Noch, noch mehr, yoooh! Okay. Och! Was genau meint ihr bitte, wie viel Munition ich hab? Ehrlich. Naja. Oh, ich kann nicht nachladen. Ich hab keine Mun mehr. Hm. Ich hab vier Notes dabei. Ich hör irgendwas schreien. Hoffentlich wartet's so lang, bis ich fertig bin. So, hier kann ich Kapazität erhöhen. Was mach ich? Und hier kann ich noch Nachladen erhöhen. Dann brauchen wir noch zwei Notes, um noch einmal Speed zu erhöhen. Und dann ist unser Plasma Cutter so gut, wie er jemals sein wird. Hat das Kapazität... Ist das grad dunkler geworden? Kapazität erhöhen, noch meine Munition nachgefüllt? Ja, das hat's. Immerhin. Ich hab ein paar Schuss geschenkt bekommen. Ähm. Hä? Ich möchte dort nicht rein. Ach, Herr. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ah, ist das so schön hier? Forest Energy können wir bauen So, jetzt habe ich wohl alle Munition, die ich besitze, dabei Und ich soll wohl hier rein Ich habe irgendwie spontan das Bedürfnis zu speichern Na? Oh, das ist ein Loch Hi Deine Persistenz überrascht mich Holding on to your final breath, you claw your way along You hold on to what was once your war But now, it belongs to the children Be glad of the knowledge that your death will bring their birth Listen Can you hear it? It's coming Say your prayers Können wir das vielleicht lassen? Oh, hallo! Dum 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 What? What? Ah, are you fucking kidding me? What? 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 I bypass the lock Go! Oh! Das sind Dinge Ich will die Dinge Da, 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 da Äh Okay What? 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 Verarschen Ich hab noch genug für einmal Stasis schießen Toll Ob er auf der anderen Seite steht Ob er auf der anderen Seite steht Nein, diese Tür werden wir einfach nie wieder benutzen Ich halte das für die richtige Wahl Das ist zwar ein mutiger Schritt, aber irgendjemand muss zu dem angehen Es musste einfach mal gesagt werden Ich krieg lang Ich krieg lang Langsam aber allmählich die Ansicht Scheiß auf dieses verkackte Dreckschiff Ich mag dieses Schiff nicht Nein, das Schiff und ich, wir sind keine Freunde Hey, Geld Hey, Geld Hey, ne Tür Hey, lass euch rein Nö, dann geh ich da nicht rein Ähm Da steht einer Da steht einer What the fuck? Hallo? Hallo? Aber dir geht's schon gut, ne? Also den Umständen entsprechend Hallo? Hi? Kann man dir helfen? Helfen? Äh 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 Ja, dann Äh Mach nur weiter Viel Spaß 4 4 Ach da war doch, ja, der ähm, ja doch die Die netten Ärzte Die netten Ärzte 4 Säb ich 5 3 5 5 5 5 5 7 5 5 5 ist sich mit dem Marker beschäftigt, als ob das jetzt interessiert ist. Er hat auch die gleiche Dementia geschehen, die die Kolonie verletzten. Nur gestern hat er mir gesagt, dass er seine Frau gesprochen hat. Aber Ameliakine hat sich schon seit ein paar Jahren verletzt. Mein Subjekt ist nicht ruhig. Patience. Ihr Zeit ist schnell. Sehr schnell. Ich habe so das Gefühl, der hat die gebaut. Oh. Tja, sie hat dann jetzt auch mal ausgeweint. Äh, Krabbelfiecher. Fuck. Tödliche Krabbelfiecher. Verdammt. Tödliche. Krabbelfiecher. Schlimmsten Gegner im Spiel. An denen bin ich jetzt schon dreimal gestorben. Ansonsten noch gar nichts. Nur mal. Keine Ahnung. Krabbelfiecher. Oh. Nicht anruhmser, die Krabbelf. Dr. Charles Murser. This mission continues to respond well to experiments. It's several of fortitude not to measure elasticity is remarkable. Dr. Kain, I'm sure, would disapprove. But I do not anticipate that he is sure has because the doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also said. Das ist es, Isaac. Jetzt musst du... Biers hat es genug getan. Akzeptiere deinen Teil in Gottes Plan. Embrace deine eigene Extinction. Boring! Leidenschaft ist wieder dein eigenes Leben! Fertig? Uuuuuh... Ja. Ich heil mich mal noch voll. Er hat auch zu der gleiche Dimension, die die Kölner verletzt hat. Nur die Kölner. Nur die Kölner. Ich heil mich mal noch voll. Das ist es, Isaac. Jetzt musst du... Das ist genug genug. Akzeptiere deinen Teil in Gottes Plan. Embrace deine eigene Extinction. Boring! Leidenschaft ist wieder dein eigenes Leben. Was ist das? Isaac! Du hast die gesamte Deck, und ich bin aus dem System. All der Luft ist in der Raum. Du solltest es zurückkommen aus der Stabilität, aber du hast nicht viel Zeit. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Ach, da ist doch die Schatzi-Tür. Äh, Schatzi hat Freunde. Isaac, halt an dich, mein Freund. Luft anhalten und... ...und durchatmen, hätte ich fast gesagt. Nee, das wäre genau der schlechte Plan. Äh, da ist was aus dem Loch gekommen. Wo soll ich hin? Hier. Achso, hier. Das Teil. Ja klar, mach mal an. Okay, was ist mir alles gefolgt? Du hast alles, was du brauchst, um die Zutaten zu machen. Jetzt geh'n zurück zum Chemistische Lab. Jetzt geh'n wieder hier rein. Uuuuuuhhhh. Wut. Wut. Sounds, all the sounds I've got more intel on the atmosphere. A survivor's report says a massive creature entered the hydroponics deck from outside the ship. That's when the air quality began degrading. The survivor called it the Leviathan. Oh yeah. Oh no, it's already here. Oh. Wenigstens ist das Teil immer noch tot. Trinkst mir irgendwas, wenn ich da reingehe? Na wirklich, oder? Vielleicht liegt da irgendwas leckeres rum, was für einer da? Ich soll sogar da hin, ach du scheiße. Dann will ich's net. Dann will ich's net. Scheiße. Prozessing request. Please stand by. Final mixing complete. Please remove the capsule. Let's hope that poison works. Head back to the tram station and get up to hydroponics as fast as you can. Still no response from Hammond, so be careful. There's no telling how contaminated that deck is. I'm beginning to truly admire your spirit. Misplaced as it may be. I think, I think you should see the whole plan. You should not spawn the hype minds offerings. You deserve to witness that at least. Hm, toll. Ja, dann zeigt doch mal, was ihr tolles macht. Äh, Timeshare oder... ...noch schlimmer. Wenigstens gibt's bei euch Speicherpunkte. Das muss man euch lassen. Äh, hmm Uh húng. Perhaps now you would understand. Die Arbeit, die ich getan habe, muss und wird weitergehen. Ich, Dr. Charles Mercer, werde ich als Kapitel für die Geistung unserer Art. Diese Bezeichnungen werden mit mir zurückgekommen. Ich werde ihre Heilige Glocke über den ganzen Planeten spreadern. Ich werde Sie mit meiner Kreation verlassen. Bewege die Levitable. Was? Na du, Schatzi, wo kommst du plötzlich her? Guck mal, Schatzi, da ist so eine Kältekammer. Da musst du doch bestimmt rein. Okay. Ich hab grad nicht genug Stase, gib her. So, wo drücke ich jetzt auf den Knopf, dass da zugeht und du gegrillt oder gefroren oder was auch immer am besten löffelst? Geh weg. Ich find den scheiß Knopf einfach nicht. Geh weg. Ich find den scheiß Knopf einfach nicht. Wo haben wir denn da was? Toll, da krabbelt mir noch Kleinzeug nach. Gut, Klein ist relativ in dem Fall. Sag ich mal. Ich kann da reingehen. Dann ist der Knopf wahrscheinlich da dran. Wo ist er? Ah, er steht wieder. Oder er ist am Aufstehen. So. Come in and find out how cold life can be. Trämen cycle successful. Transport patient. Let's just hope that's the last we see of that thing. I've managed to override Mercer's lockdown. There's a secondary tram station nearby and you can take it to hydroponics. Let's just hope there's enough time. Das hört sich gut an. dann schauen wir mal, was hier noch alles liegen geblieben ist, weil hier haben wir das cool hier, also Wortwitz Wollte ich gar nicht Schön Stase aufladen Na komm schon Immer brav hier damit Munition, zurück darf ich nicht Ist netter, als hätte ich es gewollt, aber es wäre schön, wenn ich es gekonnt hätte Da haben wir auch noch was Geld Uh, Notes Naja, eine War das hier nur die Tür? Nee Geld Geld, nimm doch Und Das wär's Puh Ah, eine Bahnstation Keine What What? Was platzt da? So einfach vor sich hin Hm Hm Okay Na dann Dann hätten wir doch wohl wieder ein Kapitel geschafft Nach Kleineren Anderen Schwierigkeiten Hm Aber natürlich möchte ich speichern Speichern ist toll Das Beste, was man im Spiel machen kann Na gut Dann sage ich danke fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Bye bye Tschüss Ciao Kompel